Spidey fühlt sich nicht so gut. Oh nein, das ist meine dunkle Seite. Kochkuss bei Thanos. Er mischt alles im Uhrzeigersinn. Und fügt auch Salz hinzu. Und ein Edelstein für den Geschmack. Moment, das ist keine Suppe. Das ist ein bewusstseinskontrollierender Trank, der Superhelden in Superschurken verwandelt. Ich werde ein Video filmen und es meinen Superabonnenten zeigen. Wenn ihr das seht, werdet ihr alle zu Superschurken werden. Kat verwandelt sich direkt vor unseren Augen. Spider-Man ist von dem Video hypnotisiert. Thor fühlt nichts Gutes im Schilde. Ups, ich habe aus Versehen auch in den Hypnotrank geschaut. Jetzt wird Thanos nicht mehr böse sein. Er wird Cheerleaderin werden. Allerdings muss er noch viel trainieren. Oh, leichte Beute. So eine Handtasche wollte ich schon immer haben. Ah, Hilfe! Ich werde überfallen. Lass meine Handtasche los, Dieb. Hilfe! Oh, heilige Comics. Ich bin's. Spider-Man. Oh, er wird helfen. Lass die Handtasche los. Sofort. Okay. Du gehst mir auf die Nerven. Sei still. Die gehört mir. Nein, die gehört mir. Gib her. Nüsse sind gut für die Gesundheit. Ich werde ein paar aufknacken. Oh, was ist denn das? Staub? Ich versuch's nochmal. Die Nüsse können dem Druck des Hammers nicht standhalten. Er ist zu stark. Ich brauch eine schwächere Waffe. Wie wär's mit dir, kleiner Hammer? Oh, schon besser. Mein Besitzer kümmert sich überhaupt nicht um mich. Dieser Verräter. Ich bin nicht mehr der Lieblingshammer von Thor. Hey, erkennst du mich wieder? Ich bin Captain America. Oh, es regnet. Gut, dass ich mein Schild als Regenschirm benutzen kann. Aber es gibt nicht genug Platz für dich. Sorry. Mein Schild ist nicht dehnbar. Kommt einer? Kommen alle. Süßes, leckeres Eis. Eiscreme? Sei still, Kleine. Nicht weinen. Oh Mist, ich weiß, was dieses Kind braucht. Thanos' süße Eiscreme. Hallo, Kleines. Nicht weinen. Schau, ein Thanos-Einhorn. Ist das nicht lustig? Danke, du bist so nett. Ein Poker-Turnier findet statt. Hm. 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 Die Einsätze sind hoch. Nur noch eine Karte ist übrig. Mein Spinnensinn sagt mir, dass das die richtige Karte ist. Das ist die Karte, die ich brauche. All in. Das muss einfach klappen. Zeig uns deine Karten. Das ist ein Royal Flash, Leute. Oh Mann, er hat wieder gewonnen. Das nehme ich. Ich bin eine gemeine, reiche Spinne. Ich werde mir ein goldenes Netz kaufen. Eine neue Challenge. Teste deine Stärke. Sir, versuch es. Komm schon. Hier, teste, wie stark du bist. Mit diesem Hammer? Was glaubst du, wer ich bin? Hier ist der Hammer eines echten Donnergottes. Ich werde dieser Maschine zeigen, wer der Chef ist. Oh nein, was hast du getan? Und wo ist der hin? Autsch. Oh, oh. Oh, ein Tattoo-Studio. Da lassen sich die Leute tätowieren. Richtig? Oh, das wird ein Spaß. Ich werde mein Schild pulieren, bis es strahlt. Los, mehr. Jetzt kommt die Sonne. Ah, die strahlt direkt in meine Augen. Ich kann nichts sehen. Ähm, was ist das für eine Tattooierung? Ich wollte so ein Design nicht haben. Ich wollte etwas Cooles. Oh, ich werde mal lieber abhauen. Das wird ein warmer Handschuh für mein Handschuh, damit die Edelsteine geschützt werden. Stricken ist so beruhigend. Thanos ist so friedlich, wie ein Heiliger. Spider-Man hat sich einen neuen Streich ausgedacht. Ein Spinnitz-Kokon, gefüllt mit Wasser? Hey, dies ist von deinem freundlichen Spider-Man aus der Nachbarschaft. Hey, was zum... Wer war das? Bist du das, Batman? Ha, das war ein toller Streich. Ich brauch dies... Und das... Ist das glutenfrei? Ich nehme es. Hallo. 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 Hast du eine Tüte? Brauchst du eine Tüte? Nein, danke. Ich habe einen Hammer. Das Wichtigste ist, den Hammer sicher zu befestigen, damit auf dem Heimweg nichts rausfällt. Hey, Thor, was machst du da? Fertig. Bye. Hey. Endlich bin ich zu Hause. Jetzt kann ich meine Lebensmittel holen. Hammer, komm zu mir. Hey. Oh, das herrscht wohl Berufsverkehr. Hier ist meine Lieferung. Das ist ein toller Lifehack. Das sieht köstlich aus. Seht mal, wie viel Essen es gibt. Aber diese winzigen Teller sind nicht groß genug für mich. Gut, dass ich mein Schild habe. Das ist für mich. Und das. Das nehme ich auch. Ich habe so einen Hunger. Hey, wo ist das ganze Essen? Es ist nichts mehr da. Kelp, das ist gemein. Das gehört mir. Ihr kriegt nichts ab. Okay, Leute. Los, kommt. Du bist so süß und flauschig. Wer ist mein weiches kleines Baby? Wer ist meine süße Kleine? Endlich lässt die Gedankenkontrolle nach. Warum brauche ich all das Geld? Hier, nimm es. Du brauchst es mehr. Wow, ich war so gierig. Hier, Leute. Genießt es. Es ist genug für alle da. Guten Appetit. Danke. Du bist ein echter Held. Bitte verzeih mir, Hammer. Ich wollte dich nicht ignorieren. Du bist der einzige Hammer in meinem Herzen. Lass uns für immer zusammen sein. Sei nicht traurig. Ich mag dich doch so sehr. Alles ist wieder normal. Und wie sieht es bei Thanos aus? Ein Kätzchen? Oh, du bist so süß. Wie fandet ihr unsere Superhelden-Transformationen? Schreibt uns, wer euch mehr gefallen hat. Der böse Spider-Man oder der nette Thanos? Vergesst nicht, Wuru zu abonnieren. Und drückt doch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.